Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to Lore 2 mit dem historischen Rom. Wir erwarten noch genau drei Jahre bis wir endlich Alexandria angreifen dürfen und dafür werden wir jetzt hier mal das angreifen. Können wir automatisch machen und natürlich besetzen. Jetzt können wir den auch in Gold hoch Leveln wird seine Updaten. Adler Korte und Eva Key. So. Ja. Also es läuft gerade ziemlich gut würde ich sagen. Warte der macht jetzt da Stinky Stinky. Warte mal. Wieso kann ich nicht? Achso, weil er nicht angreift. Ja, der will hier Stress machen, aber ich habe immer noch 27 plus. Du armer. Aus allen Handel, aus Landwirtschaft. Ich mach mal Handel. Gut. So, dann würde ich sagen. Also hier oben geht es dann weiter, wenn ich mich nicht irre in 50 Jahren. Ja, 55. Also 55 vor Christus geht es hier los. Bis dahin können die mal, keine Ahnung, Fußball spielen und so. Genau, Legion 9 geht dann in Britannien rein. Mal schauen, ob wir die verlieren, aber ich denke nicht. Die können aufgelöst werden. Jetzt ist wieder so eine Ruhephase eingetroffen. Ja. Die haben halt immer wieder so schnelle Züge gemacht und voll schnell eingenommen. Und wenn man das in der Zeit nicht schafft, dann hängt man total hinterher und dann passiert, keine Ahnung, 20 Jahre lang nix. Wir haben uns noch gar nicht getroffen. Ah, der sah ziemlich krank aus, ne? Der hatte so eine voll graue Haut. So ein Wiederkehrer. So. Ah, Action. Hä? Willst du mich verarschen? Wieso ist da die ganze Zeit keine Garnison drin? Ich stand da jetzt... Wie viel Runden drin? Ja. So bescheuert, aber ich nehme die ja auch nochmal ein. Mit meinem kleinen Kaiser. So, politische Intrige, Konsequenzen, diese Charakter ist erwachsen und kehrt mit der sein. Ah, uh-huh. Uh-huh. Okay. Hm. Na? Das hab ich doch schon. Hm. Das brauch ich nicht. Okay, so. Okay, ähm, jetzt können wir, glaub ich, endlich wieder... Warte, wo war das? Wo war das wohl? Ähm... Ah, hier, ne? Genau, minus 8, nao. Wir sagten grad nur... Ups. Gerade hatten wir ja doch noch 50. Hm. Naja, das kommt davon, wenn man die ganze Zeit ausbaut. Minus 8, Nahrung. Minus 8, Nahrung. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Da muss ich jetzt mal... Schauen, welche... Also, das brauchen wir nicht. Das können wir zum... Zum Futter machen, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das kostet nichts. Das gibt, äh, Essen. Hm. Kostet auch nichts. Kostet was. Kostet nichts. Gibt Essen. Okay, ich glaube, wir sind durch, ja. So, gut, Barbericht, Blablabla, Siedlung verloren, na, du. Und du, Idiot, stehst draußen. Den kämpfen wir jetzt mal. Also, es ist zwar auch safe, dass ich das gewinne, aber... Also, ich kann's noch verlieren. Also, mit der... Mit den Katapulten hatte ich ja schon mal einen übelsten... Bei Makedonien war es, glaube ich. Da bin ich sehr gut verloren. Entschuldigung, dass ich gerade esse. Ähm, ich bin gerade von der Arbeit zurück. So, und ich muss jetzt eben noch vorproduzieren, also, hm, genau, das, hm, die, das letzte, die letzte Folge war, also, ich bin immer noch beim vorproduzieren, und, alter Wetterhut, ähm, und es ist noch der gleiche Tag. Also, ich habe nichts gegessen. Okay, wir machen es jetzt mal ein bisschen anders. Weil, an, an, nur, wop, 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 wop. An sich, ähm, es sind immer die Adlerkoronten, die ersten. Aber jetzt machen wir erstmal, äh, so dass die, also, die Praetorianer sind, äh, an sich, äh, immer mit dem, äh, General, beziehungsweise nicht General sondern Kaiser oder Diktator und genau und wenn der General beziehungsweise der Kaiser Diktator auf dem Schlagfeld ist dann es ist meistens so dass die Einheiten es nähert sich feindliche Unterstützung dass die feindlichen Entschuldigung also noch mal die Praetorianer sind erst oder nur dann auf dem Schlagfeld wenn eben der Kaiser oder der Diktator oder Cesar eben auf dem Schlagfeld ist und wenn die auf dem Schlagfeld waren haben sie immer zuerst angegriffen Ok Mal ein bisschen scouten aber ganz ehrlich lässt er seine Läster die jetzt einfach zu uns und dazu holt das ist sowas von bescheiden das sowas von bescheiden also er geht er er wird sich halt auf den Hügel aufstellen aber das ist äh richtig dumm damit hat er seinen Trumpf quasi weggeschmissen vielleicht macht er es mir aber ja vielleicht war das auch sinnvoll was er macht aber ich bezweifle es ein bisschen ja 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 ich ja 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 Berg hoch ja sieben insgesamt verloren also ich weiß er jetzt nicht ob von ihm oder nicht möchte ich ja also einmal hat mich glaube ich die Artillerie erwischt der kann rausgehen dann holen wir uns noch den da ja schon von allen seiten kann ich ein bisschen vorspule vorspule ok da ist er also ja so warte was kann denn der General genau Banner heben motivieren und Gruppe okay das ist schon mal nicht schlecht meine Kavalerie geht mal hier in Deckung die sieht er ja nicht kann er ja gar nicht sehen du weißt schon dass also das was er hier macht ist Selbstmord klar er hat hier die Kiniere aber dadurch dass er sich so aufstellt dass er ähm sich selbst äh in Richtung Berg stellt ähm das ist äh ja dumm also dadurch er hat er den Vorteil wenn er wenn er zum Beispiel hier also wenn er sich hier aufstellt so wie wie ich gerade das ist ein riesen Vorteil weil der der Gegner muss zu einem hinlaufen um Prozent er hat er eben er deswegen ein bisschen um in Kraftverschleiß sag ich mal Entschuldigung warte jetzt wird bitte alle Schildkröner Formation gibt ein bisschen an die können das nicht und dann hat halt auch der 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 ähm das sterben relativ gut auf so ah da oben sind auch welche äh wieso wieso macht ihr jetzt sowas äh das ist auch bisschen seltsam mal 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 Ja, der macht gerade etwas sehr komisch. Ja, wunderbar. Dank auf Kawanami. Ja, wunderbar. Das war's für heute. die Schlacht bändet sich zu uns aber die Kiniere sind halt so pekinieren in der lieb Gut, du machst jetzt noch mal dein Gruppenmotivieren. Ah, schön, jetzt fangen alle. So muss das. Und vor allem, ich muss den General töten. Also nicht mein. So, wir hatten gelitten, also die da, die in die Zange genommen wurde und die natürlich gegen die Bikiniere gekämpft haben. Ja. Sehr schön. Ja, 130 und 100, das ist ganz gut. Ja, die Kavallerie hat einen Bonus bekommen, weil, ja, die Steinschleuder und die Paar, die Artillerie wurden geschenkt. Die beiden sind gut. So voll in die Nüsschen. So, und jetzt, ja, automatisch. Super. So, jetzt hab ich wieder was bekommen und zwar, das da. Super. So, jetzt aber hier. Äh, Schmarrn. Das mach ich nicht. Ich mach Essen. Das mach ich und, hm, das da. So, hier ist jetzt nochmal einer, aber, den könnte ich abfangen, aber mach ich jetzt nicht. Weil, wenn ich den besiege, dann kann der gleich kommen. Das wird auch nochmal interessant mit den beiden. Super. Gut. Äh, genau. 94, 93. Ah, stimmt. Die können jetzt alle auch. Der kommt jetzt auch hier hin. So, wie, ja, das bringt halt dir nichts, ne? Gut, dann würde ich sagen, schau mal uns noch an, was die nächste Runde bringt. Hier könnt ihr hier Minus-Karruption noch, äh, könnte ich voll machen. Oder Nahrung. Da komm, mach ich Nahrung. Militär hab ich, äh, eh, eh, ziemlich, ja, Verständnis. Hier sind halt, äh, die Rammschaden sind eigentlich auch wichtig. Lagerungswaffen. Stattumschaden, ey, eh. Gut, äh, warte, der bekommt noch was. Und zwar Drillmeister. Wohlstand, ja, okay. Gut, dann schauen wir mal. Ich bin hier, um etwas Wichtiges zu besprechen. Hm, hm, hm. Erst nach Alexandria. Erst nach Alexandria. Äh, ne. Ich muss sicher auch noch angreifen. Also, je, je größer und reicher man wird, desto mehr Leute kommen zu einem und, äh, bieten an, ähm, das Klientel zu werden. Ähm, ja, aber in unserem Fall ist das jetzt nicht ganz so gut, weil, ja, wir müssen historisch spielen. Beziehungsweise, wir müssen das versuchen. Ja, Rodos. Und das war's. Umsturz schon wieder. Friedenverhandels. Makedonien sabotiert. Mission erteilt. Belagerung. Ja. Ja, was, was, äh, was. Beim Verlagern, äh, Verlagern, ja. Nee, das brauchen wir nicht. Gut. 94. Das heißt, wir belagern. Super. Dann hier machen wir, äh, diese da. Dann diese da, dann diese da. Ja, wir brauchen wieder ein bisschen, äh, Futter. Du kommst hier rein, du bleibst noch ein bisschen da wegen Kartago. Äh, hier wollte ich erst mal, oder? Oder? Ja, klopp schon. Minus öffentliche Ordnung kann nicht mehr leisten. Gut. Dann würde ich sagen, äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, mach's gut und bye bye. Iiii, warte, 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 eh, 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 tappeln. Wuh, see ya. Oh, oh, come on! Sie müssen das Strafwerten! Angriff! Angriff! Angriff zu dieser! Untertitelung des ZDF, 2020 Jesus! Feuer! Amen. Amen.